Hallo, wie kommt man zu lustigen Lauflichtern und irgendwelchen anderen Lichteffekten? Ja, wir bauen auf auf dem Transparent Ledge, was wir im letzten Video kennen gelernt haben. Nochmal den Eingang von dem Umschalter nennen wir D und der andere Eingang, der dient der positiven Rückkopplung. Hier hatten wir zwei Inverter, da mache ich jetzt, um nicht so viel zeichnen zu müssen, einfach einen Buffer. Zwei Inverter sind ja das gleiche wie ein Buffer. Nicht verwechselnde Operationsverstärker, der hat zwei Eingänge. Und hier, das Ding hieß Ledge Enable, denn wenn ich das Enable, also wenn es auf 1 geht, dann ist der Schalter hier geschlossen und dann zirkuliert der Zustand entweder 0 oder 1 hier in diesem Teil. Aber jetzt, wo der Schalter nicht geschlossen ist, also auf der Ruhelage bei 0, da geht das, was hier am Eingang liegt, D an den Ausgang Q durch. Das ist das Transparent Ledge oder auch D-Ledge. Und heute lernen wir das Flipflop kennen, das D-Flipflop. Und es besteht aus zwei solchen hintereinander geschalteten Ledges. Das heißt, hier geht es jetzt in nochmal ein CMOS-Umschalter. Und der ist aber jetzt in der anderen Ruheposition, nämlich hier oben. Das heißt, der koppelt gerade positiv zurück. Malen wir es mal vollständig. So, hier ist der Ausgang Q und die hier sind zusammengeschaltet. Und das heißt jetzt nicht mehr Ledge Enable, sondern Clock, weil wie wir gleich sehen werden, verhält sich das jetzt anders. Also hier einmal und hier einmal und entweder leitet es hier durch und es zirkuliert hier oder es wird hier festgehalten, aber dann leitet es hier durch, weil die Schalter immer genau das Gegenteil machen bei diesem. Und das ist ein D-Flipflop, diese Innenschaltung. D-Flipflop. Das F kann man auch klein schreiben oder kurz D-F-F. Und das hat hier eben Clock. Häufig findet man das natürlich, wenn man das nicht immer komplett hinzeichnen. Dann macht man wie üblich einen Kasten. Hier D, hier Q. Manchmal ist auch noch Q-Querda. Und dann gibt es einen Clock Eingang. Entweder hier in der Mitte oder manchmal auch unten. Und Clock wird auch manchmal mit C-K abgekürzt. Also man findet das hier und das hier. C alleine eher nicht, weil das kann man auch mit Clear missverstehen. Und jetzt wollen wir uns zunächst überlegen, wie das funktioniert. Und dazu machen wir hier mal die Höhe der Eingänge. Dann hier die Mitte und dann hier der Ausgang. Und Clock gucken wir uns hier an. Das soll zunächst 0 sein. Man macht oft auch in der Digitalelektronik einen Strich durch die 0, damit man es nicht mit dem O verwechselt. Dann eine 1 und dann wieder eine 0. Und am Anfang haben wir hier hinten, also wenn hier eine 0 ist, dann entspricht es genau dem, wie ich es jetzt gezeichnet habe. Das heißt hier hinten zirkuliert irgendein Zustand. Man weiß nicht genau welcher. Da schreibe ich einfach mal hin Q alt. Also der aus der Vergangenheit, was immer das feiner ist. Und dann haben wir hier natürlich einen Eingang D. Und der Eingang D, der wird hier durchgeleitet. Ich male das mal gerade hin bis hier hin. Aber das war es dann, weil der kommt hier nicht weiter. Das heißt, es bleibt im vorderen Teil. Wenn jetzt aber Clock auf 1 springt, dann passiert folgendes. Das hier, was hier gerade war, das zirkuliert hier. Also dieses grüne D zirkuliert hier. Wird aber gleichzeitig hier auch noch durchgeleitet. Das ist also unser neues Q. Unser neues Q ist das grüne D. Und was hier als neues D ist, nennen wir das schwarz D'. Das spielt keine Rolle, weil das geht ja nicht weiter. Wenn aber jetzt Clock Eingang von 1 wieder auf 0 zurück springt, dann sind wir wieder in dieser Position. Das heißt, dann wird das, was hier hinten war, eingespeichert und zirkuliert. Das heißt, dann haben wir folgenden Zustand. Dann haben wir die Schleife hier. Q ist nach wie vor D. Also hier ist das D drin, was vorher hier war. Hier geht es zurück. Hier geht es vorwärts. Und das irgendein neuer Dateneingang D' hier. Der geht dann bis hier hin. Aber das interessiert uns nicht. Was jetzt also hier zusammenfassend passiert, das ist also wichtig, ist, wenn dieser Eingang D hier hin oder her zappelt, 0 oder 1, spielt es keine Rolle. Der Ausgang sieht es nicht, weil es nur im vorderen Teil ist. In dem Moment, wo aber Clock von 0 auf 1 springt, genau in dem Moment, haben wir hier ja einen 0 oder 1 Zustand. Den bezeichne ich jetzt mit grün D. Und grün D wird dann hier eingespeichert. Das heißt, bei der Flanke von 0 auf 1, da kommt es darauf an, was der Dateneingang D hier für den Zustand hat. Und der ist dann hier drin und der wird dann auch sofort durchgeleitet. Das heißt, bei der steigenden Flanke sehe ich am Ausgang sofort, was am Eingang anliegt. In dem Moment. Danach ist es wieder egal. Also das ist hier dann eingespeichert. Das heißt, wenn dann hier ein D' irgendein neuer Wert ist, spielt es keine Rolle in sich, nicht im Ausgang. Und wenn ich jetzt hier die Flanke runter mache, also von der 1 auf die 0 spring, dann wird der Speicherort verlagert. Das ist das Spannende. Dann wird die D-Speicherung hier hinten vorgenommen. Denn diese Linie hier war ja auch auf dem Potenzial D. Und dann bleibt es hier hinten drin. Aber am Ausgang sieht man davon nichts. Das heißt, der Ausgang ist immer identisch, egal ob der Clock-Eingang 0 oder 1 oder 0 ist. Nur in dem Moment, wo die Flanke hier steigt, da wird der gerade anliegende Zustand an D eingespeichert. Wenn die Flanke zurückgeht, wird es umgelagert. Damit wird vorbereitet, dass beim nächsten Moment, wenn die Flanke wieder hochgeht, das neue Potenzial reingelagert wird. Das ist also ein, nicht Pegel, sondern ein flankengetriggertes Flipflop. D-Flipflop eben. Okay, jetzt haben wir noch folgendes Problem. Wenn wir das in einem Chip haben oder so aufbauen, wir schalten die Betriebsspannung ein, dann ist der hier hinten ja zufällig entweder 0 oder 1. Das hängt davon ab, wie gerade die Luft um die Pins herum war. Positiv, negativ geladen oder intern Zustände im EC. Also das ist nicht definiert und das ist natürlich nicht gut. Also man will ja beim Einschalten in der Regel einen definierten Zustand haben. Wie behebt man das Problem? Man nimmt anstatt der Buffer hier und Gatter. Das heißt, um einen Anfangszustand reinzubringen, nehme ich hier und Gatter, hier eins und ich male es noch mal schnell hin. So. Und dann geht die Rückkopplung hier hin und dann die gleiche Geschichte noch mal hier. So. Dann in dem Fall noch hier oben. Hier auch ein und Gatter statt einem Buffer. Und so, dann haben wir hier wieder unser Clock-Eingang und hier unseren D-Eingang. Und jetzt haben wir natürlich, weil es und Gatter sind, jeweils noch ein Eingang frei. Und wenn dieser zusätzliche Eingang den Pegel 1 hat, dann ist ja so ein und Gatter, leitet das quasi durch. Aber wenn ich das auf 0 habe, dann ist dieser Ausgang 0 und dieser Ausgang 0. Das heißt, wenn ich hier nochmal hier oben reingehe, egal wo gerade die Speicherung ist, also völlig unabhängig von dem Clock-Eingang, ist der Ausgang dann definitiv 0. Und deswegen nennt man das Reset. Und macht einen Balken drüber. Was signalisiert das, dass wenn es low ist, aktiv ist. Und dieses Ding hier, das hat dann einfach, so wie hier oben, einfach einen zusätzlichen Eingang Reset. Also wenn wir das nochmal neu hinmalen wollen. Ich mache es mal ein bisschen größer. Dann sagen wir, hier ist Clock. So, dann ist hier D. Hier ist Q. Dann haben wir vielleicht noch einen invertierten Ausgang Q-Quer. Dann kann man hier zum Beispiel noch einen Inverter machen oder Q-Quer. So. Und dann haben wir R-Quer Reset. Das macht man am meisten Runden. Set und Reset macht man oben und unten. Die Ausgänge rechts, die Eingänge links. Also D und Clock links. Man findet auch manchmal anstatt der Beschriftung Clock findet man auch das hier. So. Da ist eigentlich auch klar, dass das hier Clock ist und das hier D und das hier Q-Quer. Q-Quer schreibt man besser hin. Oder manchmal ist es auch so, dass man beim Ausgang Q und Q-Quer dann so. Also das sind unterschiedliche Varianten. Aber das ist eigentlich in der Regel aus dem Kontext klar. Und zur Not schaut man auch immer ins Datenblatt. Und eine Wahrheitstabelle dazu. Bisher hatten wir ja UND, ODER, NAND, NOR, solche Gatter. Hier kommt es aber jetzt nicht nur auf Zustände an, sondern auch Zustandsveränderung. Und das notiert man so. Wenn ich also hier mal den Reset-Eingang und hier den Clock-Eingang hinmale, dann kann man auf jeden Fall sagen, wenn der Reset-Eingang 0 ist, dann spielt es keine Rolle, was am Clock-Eingang passiert. Dafür macht man hier ein X hin. Und am Ausgang Q haben wir dann auf jeden Fall eine 0. Also das ist ein asynchroner Reset-Eingang. Das heißt, unabhängig von dem Clock, von den Flanken, liefert ein 0 am Reset immer ein 0 am Ausgang. Wenn der Reset-Eingang 1 ist, dann kann man sagen, okay, entweder ist hier eine fallende Flanke. Manchmal findet man hier auch in Datenblatt nur einen Pfeil nach unten oder einfach so eine Flanke. Und dann bleibt hier Q alt. Aber wenn ich eine steigende Flanke habe und natürlich Reset nicht verwendet wird, dann ist bei der steigenden Flanke hier der Eingang D plötzlich da. Man kann die Tabelle auch ein bisschen aufwändiger machen, indem man hier noch eine Spalte für D dazu macht und dann diese beiden Zeilen aufsplittet. Also man könnte das auch so machen, dass man sagt, 1, dann die steigende Flanke und wenn die 0 ist, dann ist danach Q auch 0. Und dann macht man nochmal genau die gleiche Zeile hin. Reset ist 1, der Clock-Eingang hat die steigende Flanke, D soll 1 sein und da ist danach auch Q1. Aber diese beiden Zeilen kann man auch so zusammenfassen, indem man dann direkt hier D hinschreibt. Das sind so die häufigsten Varianten, wie man das findet. Und ein IC, was gleich vier von diesen D-Flipflops drin hat, haben wir auch in der Materialbox oder sozusagen ist in den Bestelllisten angegeben. Und das ist das IC 40175 und das kann man sagen, ist ein Quad-D-Flipflop. Also vier solche D-Flipflops sind da drin. Das hat aber noch eine Besonderheit. Es hat also nicht so unendlich viele Pins, sondern alle Clock-Eingänge und der Reset-Eingang, die sind gemeinsam. Aber D, Q und Q-Quer sind separat. Also ich mal gleich mal die Pin-Belegung hin. Das ist also ein IC mit 16 Pins. Mal gucken, ob ich das hinkriegt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na gerade so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nummerieren wir es durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann geht es auf der anderen Seite hoch. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16. Dann ist, wie wir gewohnt sind, hier positive Betriebsspannung, hier Ground und hier ist der Clock-Eingang. Und häufig zeichnet man hier auch den Pfahl ein, damit man weiß, das sind hier Flip-Flops, die mit der steigenden Flanke den Wert übernehmen. Denn natürlich kann man das auch so gestalten, dass es mit der fallenden Flanke, da muss man einfach einen Inverter an den Clock einmachen. Und hier oben ist der Reset, also R-Quer, geht hier rein. Und dann haben wir noch genau zwölf Pins und die sind in Dreier-Grüppchen. Diese drei und diese drei, also 2, 3, 4 und 5, 6, 7 und dasselbe auch wieder hier und dasselbe auch noch da. Und das ist jeweils ein Flip-Flop. Und die Regel ist, die Dateneingänge sind immer in der Mitte und der nächste benachbarte Pin ist dann Q-Quer und dann Q. Also so ähnlich wie beim Operationsverstärker, das Invertierende ist immer nah, sozusagen der Invertierende Ausgang ist nah zum Eingang bzw. beim Operationsverstärker ist der Invertierende Eingang nah zum Ausgang. Und dasselbe hier dann nochmal, D, dann kommt Q-Quer und dann Q und hier genau gespiegelt. D und hier D, Q-Quer, Q und dann hier Q-Quer, Q. Okay, viel hübscher findet man es natürlich im Datenblatt mit tonnenweise zusätzlichen Informationen, aber zum Stecken und Verstehen tut es das. Und jetzt wird es, glaube ich, Zeit für ein neues Blatt Papier. Denn jetzt wollen wir das in Betrieb nehmen und dazu brauchen wir ein Clock-Signal und dann nehmen wir doch am besten unseren 555 Timer. Also das heißt, wir stellen uns mit dem 555 ein symmetrisches Clock-Signal her. Also hier soll der Ausgang sein. Mache ich hier auch schon mal. Signalisiere ich, worauf es ankommt. Das geht jetzt hier an den Clock-Eingang und da machen wir uns eine hübsche LED hin, damit wir das angucken können. Sagen wir in der Farbe Rot. So, und hier die 3K9. Kleines K. So, und dann haben wir hier, weil wir den noch nicht so häufig verwendet haben, bin ich hier mal ein bisschen ausführlicher. 9V, hier ist Plus und hier ist Reset-Quer. Der muss natürlich auf Plus, damit es nicht zurückgesetzt wird. Dann habe ich hier den Ground-Anschluss. Das wäre also Pin 1. Das ist Pin 8. Das ist Pin 4. Das ist der Ausgang Out. Das ist Pin 3. Und hier brauche ich jetzt nur noch zwei Pins, nämlich den Threshold TRH und den Trigger TRG. Und wir hatten schon besprochen, wenn man die zusammen schließt, dann ist dieses gesamte Ding wie ein Schmidt Trigger Inverter. Das heißt, ich kann jetzt hier tatsächlich, wie ich es mit dem üblichen Oszillator gewohnt bin, einen Kondensator und einen Rückkopplungswiderstand anschließen. So, brauchen wir also den Discharge Ausgang gar nicht. Hier ein Mega Ohm für Slow, dass man zugucken kann. Und später stecke ich hier ein 47K hin. Das ist dann etwas schneller. Fast. Und hier habe ich ein µ. Und die beiden sind verbunden. Und zwar ist der Trigger an Pin 2 und der Threshold an Pin 6. Pin 5, Control, brauchen wir nicht, weil wir die Frequenz nicht modulieren. Und Pin 7, Discharge, brauchen wir hier auch nicht. Das ist also eine etwas andere, leicht variierte Schaltung, wo man wieder ganz wenige Bauelemente braucht. Und dann haben wir hier auf der rechten Seite dann die vier Flip-Flops. Und hier ist also dann der Dateneingang Q, der nächste Dateneingang Q. Ich mache die wie in so eine Lichterkette, damit man ein Lauflicht kriegt, so wie wir das am Anfang gesehen haben. Hier ist dann Q quer noch. Und für alle diese Ausgänge, also pro Q, habe ich ein Vorwiderstand und eine LED, damit wir sehen, was da für ein Zustand ist. Entweder 3K9 und blau oder alternativ 10K und grün. Bei grün habe ich den Widerstand ein bisschen hochomiger gemacht, weil die so stark reinbrezelt und damit die ungefähr gleich hell aussehen. Also pro Q, pro Ausgang habe ich diese Schaltung, also insgesamt vier mal zwei mal blau, zwei mal grün. Und dann kann man das hier natürlich noch so hinzeichnen. Clock-Eingang geht an alle vier. Und dann ist die Frage, was kommt an den Dateneingang? Und dann haben wir noch einen Reset-Eingang. Malen wir den mal zunächst hin. So, man sieht, ich werde jetzt ein bisschen mehr so im Skizzen-Modus. Das hier, wenn das hier also der Reset ist, das ist der Clock. Dann muss ich beim Einschalten dafür sorgen, dass der Null ist, damit alle schön aus sind, alle LEDs, also quasi überall Nullen in den Flip-Flops drin sind. Aber danach muss da natürlich auf eins gehen, auf eins bleiben. Wie machen wir das? Na ja, ganz einfach. Wir machen ein RC-Glied, dafür haben wir die ja besprochen. Das heißt, hier 100 Nanofarad, hier sagen wir mal 100 Kiloohm und hier die plus 9 Volt, wie immer. Und dann haben wir hier an dieser Stelle so eine Ladefunktion. Und die Zeitkonstante Tau ist hier 10 Millisekunden. Das heißt, nach 5 mal Tau, nach 50 Millisekunden ist es komplett auf 1. Und nach ungefähr 25 Millisekunden würde ich denken, ist der logische Pegel, wird als 1 erkannt. Das ist also unser Reset-Eingang hier. Damit sind die nach dem Einschalten auf 0 zurückgesetzt. Alle LEDs sind aus. Und jetzt ist noch die Frage, was kriegt der Dateneingang hier für ein Signal? Also zunächst mal machen wir hier auch eine LED hin. Und hier habe ich 10K und gelb genommen. Und gleichzeitig dient es hier als Pulldown und als Signalindikator. Und hier schließe ich entweder an, machen wir das hier mal nach links, entweder habe ich hier einen Taster, der von Plus kommt. Damit kann ich also hier eine 1 reingeben. Die 0 kommt ja hier rüber und man sieht auch an der gelben LED, wenn hier eine 1 da ist. Oder dann für das Lauflicht habe ich noch folgende Option vorgesehen. Eine Drahtbrücke, die kommt dann quasi danach. Da geht dann hier alternativ die Drahtbrücke hier rüber. Und das ist eine Rückkopplung mit QQ. Und was passierte da? Am Anfang sind alles Nullen. Dann ist aber natürlich QQ1. Das heißt, bei jedem Glockimpuls wird hier eine 1 reingeschoben und dann hier. Also zuerst kommt hier 1, 0, 0, 0. Dann 1, 1, 0, 0. Dann 1, 1, 1, 0. Dann 1, 1, 1, 1, 1. Aber wenn ich hier eine 1 habe, dann ist ja der Qquerausgang 0. Das heißt, hier werden wieder Nullen reingeschoben. Das heißt, zuerst füllt sich das von links mit Einsen. Und dann haben wir hier natürlich die ganze Zeit eine 1 und dann füllt sich das hier wieder mit Nullen. Und sobald die Null wieder hier ist, geht das hin. Dann haben wir so eine Art Knight Rider Lauflicht, was also dann immer voller wird. Und dann wieder leerer. Immer von links nach rechts. Okay, also das heißt, da haben wir jetzt viele verschiedene Geschichten. Hier Optionen mit der Taste oder mit der Rückkopplung reinzugehen. Wir können hier den Oszillator etwas schneller oder langsamer machen. Wichtig ist diese Reset-Schaltung, die am Anfang nur beim Einschalten kurz 0 gibt, aber dann die ganze Zeit hier die Eins hat. Das heißt, dieses Reset ist nur am Anfang betätigt. Und jetzt wird höchste Eisenbahn, sich das mal live anzugucken. Wir kommen also zurück zu unserem Blinklicht. Hier habe ich es gesteckt. Mal gucken, dass wir das alles ins Bild kriegen. So kommt gerade so hin. Hier ist der 40175. Dann sind hier die vier LEDs und die gehen jeweils an die Q-Ausgänge. Also das ist so eins, zwei, drei, vier. Von oben nach unten habe ich hier die Flipflops links oben, links unten, rechts unten, rechts oben. Also sozusagen links runter und rechts hoch. In der Reihenfolge sind hier die LEDs. Und dann jeweils 3K, 9 oder 10K, je nachdem ob es eine grüne oder eine blaue LED ist. Und hier ist die Reset-Schaltung 100 Kiloohm und 100 Nanofarad hier an Pin 1. Das macht den Reset. Und hier der Clock-Eingang. Das ist der Pin 9. Der wird mit einer roten LED angezeigt. Und hier unten ist die 555-Oszillator-Schaltung. Dann haben wir hier den Signaleingang, also das D von dem allerersten Flipflop. Das ist also hier in der Mitte. Das geht hier runter. Und das wird mit der gelben LED angezeigt. Und wenn der in der Luft hängt, dann ist der Eingang durch den 10K und der LED auch nach Ground gezogen. Und jetzt habe ich hier 47 Kiloohm. Das ist die schnelle Variante. Wir fangen mal an mit langsam. Das heißt, ich mache mir hier 1 Megaohm hin. So. Und ich schalte auch mal den Taster hier hin. Hier ist also der Taster nach Plus. Wenn ich jetzt die Batterie anmache, dann sehen wir, dass wirklich die 4 LEDs aus sind. Wenn ich die Reset-Schaltung weg mache, aber das könnt ihr gerne selber probieren, dann gehen unter Umständen die ein oder anderen LEDs an beim Einschalten, was man nicht haben will. So. Das ist also ein gemächliches Blink-Tempo. Und die gelbe LED ist 0, weil ich natürlich nicht auf den Taster drücke. Wenn ich aber jetzt mal hier auf 1 gehe, dann sieht man, wie bei jedem Clock-Impuls, immer wenn die rote LED angeht, die 1.2. gereicht wird. Und wenn ich jetzt hier wieder loslasse, dann sieht man, wie die 0 von Flip-Flop 1, 2, 3, 4 bis zum Ausgang durchgereicht wird. Ich kann natürlich auch mal nur kurz drücken. So. Und dann geht die 1 durch, weil ja dann wieder Nullen nachkommen. Und das kann man auch mal etwas schneller machen. Wenn ich jetzt hier die 47 Kilo oben rein mache. Momentan steht der Oszillator. So. Hier sind wir. Ich hoffe, es kriegt keinen epilepsischen Irrenfall dadurch. Aber es ist ja zum Glück nicht so hell und auch gar nicht Bildschirm. Dann kann ich jetzt hier mal kurz drauf drücken und wir sehen, dann läuft die 1 jetzt schneller durch oder wenn ich drauf bleibe, geht es an und dann wieder aus. Kann man also hier einstellen. So. Und last but not least machen wir jetzt das Feedback nicht vom Taster, sondern über den invertierten Ausgang des letzten Flip-Flops. Das ist also Q-Quer vom 4. Flip-Flop. Und wenn ich jetzt hier diese Drahtbrücke umstecke, dann sieht man, wie hier unser Lauflicht durchgeht. Und damit wie immer viel Spaß beim selber stecken, ausprobieren und variieren. Und wir hören und sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.